Tut mir leid, aber wie soll ich mit Monatsbinden meinen Herd reparieren? Sie warten hier. Aber achten Sie auf die MPs. Bitte tragen Sie Ihre Abzeichen. Hallo, Nana. Es dient Ihrer eigenen Sicherheit. Muchas gracias. Si, bien nada. Okay, gehen wir. Also, das ist eine Lofofora Williamsi. Die Eingeborenen sagen, sie funkelt, deshalb nennen sie sie Peyote. Es ist eine Droge. Oh, ich rauche nicht mal. Sie ist nicht für Sie, sie ist für Tiny, den Burgerbrater in der Kantine. Abby, Sie brauchen neue Herdplatten. Wenn Sie die beim Proviantamt bestellen, kriegen Sie die erst nach Kriegsende. Tiny gibt sie Ihnen gleich heute. Essen Sie den Rest bloß nicht auf. Ein globales Ausbildung. Ey, Gymnasium. Bis Sie den Gätz fein fühlen, scheiß Einwurf. Und Sie sind die Händel und der Bandsch Däufe. Ich kann noch die großen비шter wenn sie ihre Chancen und haben. Und Sie sind die Händelbefläche. Ich kann das in der anderen Seite natürlich noch nicht mehr. Ich kann es nicht mehr hilfreich. Untertitelung des ZDF, 2020